Du, Nico? Ja, ich habe doch das Wassermassagenliegen-Abo für die 18 Euro im Monat. Kann ich da nicht die DWL auch zweimal in der Woche nutzen? Nee, Florian, mit dem Abo geht das leider nicht. Aber ich kann dir eine Variante sagen, wie du das könntest. Okay. Du könntest eine 10er-Karte bei uns kaufen, die kostet einmalig 99 Euro. Und da könntest du dann frei wählen, wie oft du drauf möchtest. Also nicht mehr wie beim Abo, nur einmal in der Woche, sondern mehrmals in der Woche oder auch mehrmals hintereinander. Das geht aber nur mit der 10er-Karte. Okay. Also möchtest du lieber die 10er-Karte, also einmalig 99 Euro zahlen, oder das Abo, wo du nur einmal drauf kannst, für die 18 Euro? Ähm, ich würde mich tatsächlich für die 10er-Karte entscheiden. Okay, dann stellen wir dir das um, kommst du nachher mit zum Computer und dann machen wir alles fertig. Gerne, vielen Dank. Okay, ciao. Tschüss.